hey leute na wie geht es euch so also ich hatte heute fünf stunden deutlich besser als acht aber wir haben heute tatsächlich die erste mathematik lk geschrieben und da ich jetzt abitur mache wird das ganze schwerer aber es ging leute es ging ich wollte tatsächlich auf mein server gehen bzw war auf meinem server und plötzlich kann ich nicht machen da ist die lobby abgeschmiert und jetzt kommt man natürlich auch nicht mehr drauf weil man als erstes in der lobby spawnt gg deswegen bin ich jetzt auf mad gamble und habe hier eine runde one in the chamber angeworfen ich habe noch nie one in the chamber so gespielt also ich wieso ist nacht leute dritter platz chlorreich siegvoll und ja keine ahnung mir ist gerade eingefallen ich habe ja auch auf creeper games noch kopf frei leute jetzt ist nur die frage welchen kopf wir machen ich würde sagen wir machen einfach den random generator kopf ich nehme jetzt irgendwo dann da 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 bom j und jetzt nehmen wir tun wir einfach durchrauschen lassen und dann zufällig von irgendjemand der gerade mit j online ist den kopf nehmen bin ich blöd ich glaube schon und stopp so ja gut ne jail bio crush haben wir auf jeden fall jetzt auch kommt bitte die kopf sammlung leute schreibt mir auch vorschläge die wir hier noch am gs machen können in die kommentare denn ich glaube fast dass wir hier noch ein bisschen was ändern können und müssen übrigens leute kommt wahrscheinlich bald auch ein projekt ich möchte nicht zu viel anteasern aber da könnt euch auf jeden fall darauf freuen weil das ist mal wieder was komplett anderes was gar keinen zusammenhang zum beispiel mit griefer games und so weiter hat wir müssen jetzt noch mal noch nach einem schild suchen denn wir müssen natürlich auch noch unseren neuen kopf auch in die sammlung aufnehmen und hier werde ich auch kein schild haben doch genau eins aber ich bin so ein locker slash p mittel so da bringen wir auf jeden fall den kopf auch direkt mal noch an der muss hier die zahl ist vor hier die zahl ist vor da der muss weg er kommt über crafting pet grüße gehen raus an crafting pet kraften kann sich das video niemals aber charles bio brosch charles bio brosch so dein kopf ist auf jeden fall jetzt auch mit in meiner kopf sammlung wenn du dich angesprochen fühlst vielen dank ja leute ich wollte er hatte frage ja leute uns wird gerade für unsere gs 500k geboden er nein da wollte einfach mal jemand schön gediegen unsere gs abkaufen aber der darf jetzt noch jemand grüßen war da ich grüße grüße ihn raus an x y u schuhe was soll ich jetzt hier von titeln machen soll ich als titel machen keine ahnung leute das war es vom video ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren tag ich hoffe morgen geht die lobby wieder dann gibt es wieder ein ganz normales video und ich würde sagen leute haut rein bis zum nächsten mal und bis dahin leute alle die leiten bekommen auch so einen eisen tsa streifen an ihren schrank geklebt